Garido hat die Partie begonnen. Ich werde Ihnen die Spieler von Nottingham Forest, die im Übrigen in den dunklen, den roten Trikots antreten, jetzt am Anfang der Partie noch ein bisschen öfter. Kullmann, Kapitän heute. Heinz Flohe ist ja Verletzung gar nicht hier in Nottingham. Bei Nottingham im Übrigen Millionenstörber Trevor Francis noch nicht spielberechtigt. Außenverteidiger Anderson legt zweier gelber Karten im laufenden Wettbewerb gesperrt und Innenverteidiger Kenny Byrne nicht in vorn. Klobatsch hier mit der Nummer 8. Renner Weisweiler machte mit ihm heute Mittag noch einen kurzen Lauftest, um herauszufinden, ob er nach seiner Leistungszerrung würde spielen können. Und er gab ihm den Vorschluss vor dem Japaner Okudia. Wettkopf. Gegen Zimmermann. Christine und Zimmermann sehr. Zur taktischen Position dann auch gleich noch mehr. Zunächst einmal eines, während Van Gogh den Ball versucht zu halten und nach vorne zu treiben. Mit Sicherheit müssen die Kölner einen Sturmlauf von Nottingham Forest erwarten. Sie dürfen sich nicht in der Abwehr verkriechen. Sie müssen so wie das jetzt versuchen, wenn sich die Chance bietet, ihrerseits den Angriff zu. Von Obgaben. Prestin, defensives Mittelfeld, das ist seine Aufgabe. Und was sich auf den Rängen unter den 42.000 abspielt, hören Sie selbst, Dieter Müller. Und das ist Peter Schilzen gewesen. Wie viele meinen, der beste Torwart auf der Influ. Schuster klärt vor Börthel. Barrett war das, der Außenverteidiger. Zimmermann. Dieter Müller, der es oft mit zwei Gegenspielern zu tun haben wird. Neumann. Van Gogh. Ja, innen durchzukommen ist bei Nottingham mit Sicherheit schwer. Ja, das ist Börthel. Die Spitzen bei Nottingham, Börthel, Woodcock und Robertson sind eminent gefährlich. Erste Möglichkeit. Knapp vier Minuten gespielt und Torwart Harald Schumacher wird sehr aufpassen. Knapp vier Minuten gespielt und Torwart Harald Schumacher wird sehr aufpassen. Die Spitzen bei Nottingham, Börthel, 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 Börthel. Robert. Dieter Müller. Neumann geht außen. Müller hält den Ball zu Van Gogh. Das ist die Chance, wie Köln zu einem Erfolg kommen kann. Dieter Willers Möglichkeit noch einmal in der Zeitungswiederholung. Dieter Schilton, 29 Jahre. Ich sagte schon, wie viele meinen, der beste Torwart auf der Insel. Nottingham spielt in der Abwehr mit zwei Außenverteidigern. Mit Barrett, das ist die Nummer zwei. Mit Boyer, mit der Nummer drei. Dann zwei Innenverteidigern, Lloyd und Netham und Van Gogh. Der Ball ist im Tor. Es steht 1 zu 0. Sechste Spielminute durch Van Gogh. Das ist natürlich ein Auftakt nach Maß, wie die Kölner besser nicht hätten wünschen können. Roger Van Gogh, der Torschütze. Die Wiederholung. Da ist er, ungedeckt. Preziser Schultz, Schilton am Ball, lenkt ihn natürlich in den Pfosten. Aber das Leder ist im Netz und Köln führt 1 zu 0. Da ist das eingetreten, was die Kölner insgeheim gehofft haben. Dass Nottingham Forest sich allzusetzen und überlegen fühlt, dass eine Kontermöglichkeit gegeben ist. Die Frage, was wird Nottingham tun? Nachdem man sich bislang überraschenderweise gar nicht so offensiv gezeigt hat. Jetzt muss der Forest FC aus der Abwehr heraus. Fertil. Forteil. Jetzt hat Schiffruster Garrido gepfifft. Drei Schuss können. Ja, das hätten sich die 42.000, unter denen etwa 300 Kölner und deutsche Schlachtenwohner sich befinden, auch nicht träumen lassen, dass der FC hier so schnell in Führung gehen würde. Aber damit ist noch nichts entschieden. Aber es ist ein wichtiges Tor. Robertson. Freistoß. Sagt Schiffruster Garrido bei dieser Attacke von Konopka. Konopka hat die Aufgabe, den gefährlichen schottischen Nationalspieler Robertson zu bemerken. Robertson und Boyer beim Freistoß. Boyer. Ja, das Duell Zimmermann-Woodcock ist auch interessant. Woodcock, Börthus, Robertson, das sind die Spitzenspieler, die in den Angriff hineingehen. Kullmann-Klärson. Archie Gammel. Dann wieder Woodcock. Korrekte Abwehr von Zimmermann. Konopka. Kullmann. Heute Kapitän. Konopka. Nicht händeln in der Abwehr. So konzentriert weiterspielen, wie sie begonnen haben. Das müssen die Kölner. Das ist ihre Chance. Sie waren im Übrigen sehr zuversichtlich. Von Hannes Weißweiler über Hannes Löhr, die Trainer, bis zu den Ersatzspielern. Sie glaubten an ihre Chance hier. Gary Börthus, zu Barrett. Schwaches Abspiel. Das ist Lloyd, mit der Nummer 5, einer der Innenverteidiger gewesen. Schöner Pass von Gammel. Robertson jetzt. Ja, hinter Konopka, da wartet immer Jürgen Klobatsch. Falls Konopka überspielt ist von diesen gefährlichen Schotten, von denen man nicht wusste, ob er spielen würde wegen eines privaten Unglücksfalls in seiner Familie. Wieder Robertson. Kein Problem für Schumacher. Herbert Neumann. Da sehen Sie die Tücken des Bogens. Woodcock. Bekawam. Bonil war das, der zuletzt geschossen hatte. Na, jetzt kommt der Druck, den die Kölner aufzufangen haben. Schuster. Kullmann. Kann Gohlen. McGovern für Robertson. Schöner Pass aus der Abwehr. Ermahnung von Schiedmüchter Garrido, Anschuster, gegen seinen Gegenspieler Gary Börsel, die Stürmerentdeckung des Jahres hier in England. Nicht zu hart sein zu steigen. Archie Camill, der schottische Nationalspiel- und Mittelfeldmann. Boyer, Barrett, McGovern. Barrett. Ja, jetzt kommen sie. Schön auf Neumann gespielt. Drei gegen drei. Dieter Müller. Oh. Nach zwölf Minuten doch einige Nervosität in dem Ryan-Nottingham-Spieler. Die natürlich nicht gerechnet hat, ein so frühes Tor hinnehmen zu müssen, wie das von Roger Frank-Bohl in der sechsten Minute. Lieber Roguerba. Die Kölner spielen gut bis zu diesem Zeitpunkt. Selbstbewusst, sie verkriechen sich nicht, sie nutzen sofort, wenn sie den Ball haben, die Chance zum Angriff. Das war auch die Devise, die Hannes Weisweiler aufgegeben hat. Sich nicht einschwören lassen. Vollmann. Befolgt von McGovern. Befolgt von O'Neill. Befolgt von O'Neill. Befolgt von O'Neill. Befolgt von O'Neill. die kölner spiel gut das kann man nach 13 minuten sagen eigentlich die erste klarer möglichkeit Schön gespielt auf Florent. Vorher der Zwischen. Timmermann. Schnauelspieler. Timmermann. Mangol. Abseitsposition der Lienenrichter. Hatte die Fahne hoch. Freistoß nach dem Kasten. Tausend игрert. Tausend ist einer. Das war einer der Innenverteidiger. Forrest spielt ja ohne echten Levero mit zwei Innenverteidigern. Aber überzeugend ist das, dass ich ja nicht, was Nottingham Forrest spielt. Die klarere Linie aus der Abwehr heraus bestiehlt, zweifellos bei Köln zu sehen. Neumann, Van Gogh. Abstoß. Ball im Aus zuletzt von Van Gogh. 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 Wettbewerb schon eine gelbe Karte erhalten. Wusskopf. Oh, Beuer. An die Latte. Nach Beuers Blanke könnte Leuth an die Latte. Leuth, der Innenverteidiger. Die erste wirklich große Möglichkeit nach 16,5 Spielen. Schöne aus, der Flieger-Pflichter Müller. Archie Gammel dazwischen. Das ist eine Partie, die doch einigen technischen Standards verrät, vor allem auf Kölner Seite. Ungeachtet des Einsatzes des Kampfes. Meckabach. O'Neill zu Gammel, aber der rutscht aus. Klobatsch. Wieder Klobatsch. Schön gespielt. Van Gogh. Frank Ohl, der links die Positionen hält. Sicher zur Überraschung von Nottingham-Foreign. Da hatte man Frank Ohl wohl auf rechts außen erwartet. Gary Pörtel drängt den Ball nicht weiter. Einwurf von Opka. Klobatsch. Robertson beim Freistoß. Leitens für der Woodcock. Aber er ist sehr wendig. Und dann Neumann. Link ist Van Gogh. Bekommt den Ball. Kein Abseits. Lienenrichter wiegt nichts. Van Gogh allein. Dieter Müller. Das 2 zu 0 ist perfekt. 19 Minuten gespielt. Der 1. FC Köln führt 2 zu 0 nach dem Tor von Dieter Müller. Gestatten Sie mir den Ausdruck. Sensationell. Dies konnte niemand erwarten. Dies hat niemand erwarten. Hier. Der 1. FC Köln drauf und dran. Sich eine blendende Ausgangsbasis zu schaffen. Da sahen sie das Tor noch einmal. Van Gogh war nicht immer Zeit. Dieter Schilden hatte keine Chance. Dieter Müller, der Torschütze. Ja, nun muss Nottingham Forest die Nerven ordnen. Konzentrierte Angriffe sah man eigentlich selten. Vor allem das Mittelfeld der Kölner war überlegen. Was Archie Gammel, McGovern und Orneal bisher produzierten, war nicht überragend. Köln sehr konsequent in der Abwehr. Gut im Umschalten. Von Abwehr auf Angriff. Aber jetzt natürlich Nottingham mit Einsatz, mit Kampf. Beuer. Das zweite Land schon. Glück für Köln. Pech für Nottingham. Was für ein Spiel. Gämmel. Schön Neumann. Van Gogh frei. Ja, das ist es. Nottingham rückt auf und die Chance zum Kontern bietet sich. Barrett. Das ist wieder Börtel. Wieder Barrett. Gerber klärt. Die Positionen in Kölns Abwehr klar. Gerber ist der Libero. Schuster spielt Vorstopper gegen Gary Börtels. Den vorgefährlichsten Mann bei Nottingham. Konopka gegen links außen Robertson. Zimmermann spielt gegen Woodcock, den zweiten Innenstürmer. Und dann Klobatsch auf Van Gogh. Woodcock setzt sich durch gegen Zimmermann. Dann ist Pullmann da. Auf, auf von der Einsatz der Kölner. Da liegt Zimmermann am Boden. Hält sich den Oberschenkel. Schießrichter Garrido weist die Kölner Betreuer vom Platz. Das ist korrekt. Denn Zimmermann kann dann im Spielfeldrand um dort verhandelt zu werden. Gerber gegen Gämmel. Torabstoß entscheidet der Schießrichter Gämmel zuletzt am Ball. Zimmermann wieder im Spiel. Hoffentlich nicht ernsthaft. Da ist Zimmermann. Schon wieder am Ball in der Offensive, in seiner kurzen Verletzung. Zimmermann von O'Neill verfolgt. Schilt. Ja, da haben sich die beiden Trainer, der Manager Brian Klaff und sein Assistent und Freund Peter Taylor hier bei Nottingham Forest FC sicher nicht träumen lassen, und dass diese Partie so laufen würde. Brutcock, Gemmell. Immer noch Gemmell. Gerber bei ihm. Feuer. Und die Zuschauer enttäuscht. Die Gesänge sind verstummt. Und die Zuschauer, 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 die Zuschauer. seine aufgabe ist den mittelfeldmann zu beschaffen neumann die mama schuster wo wir die kölner jetzt spielen das zeug zum selbstbewusstsein das ist weit von dem auftreten entfernt das man erwartete nämlich mit konzentration und schwung den angriff zu suchen aber zwei tore rückstand nach 20 minuten erzielt vom köln das ist natürlich bitter für den englischen meister des vergangenen jahres roberts und so etwas das zeigt dass eine mannschaft nicht im vollbesitz seiner herzen ist faulspiel angezeigt freistoß können kronowka sie sehen an seinem trikot was sie an einsatz verlangt wird und wie der boden sein muss gemmell marci gemmell der schottische nationalspieler nottingham forrest versucht sich im aufbau mit gary bürtel bei ihm sind gleich immer zwei mann zu recht er hat in der laufenden saison 22 tore für nottingham erzielt ist der erfolgreichste torschütze zweiter eckstoß für nottingham vorher der außenverteidiger robert robertson da links außen die kölner abwehr nicht in wilde 27 minuten nur noch 2 zu 1 der torschütze bürtel für mich aus dem eckstoß heraus ungedeckter spieler von nottingham forrest versus zweiflein ja jetzt wird natürlich der erneute ansturm kommen von nottingham aber die kölner haben zwei tore geschossen und da die auswärts tore im europa cup ja doppelt zählen ist das egal wie das spiel ausgehen mag schon eine ganze menge entschieden ist natürlich noch nichts was den ausgang dieser partie betrifft die kölner der bahn muss zurück 10 meter ein sehr wendiger Mann gegen den Zimmermann Mühe hat, Schuss erklärt. Das ist das Entscheidende bisher bei Köln gewesen, dass die Spieler bereit sind, für die anderen mitzulaufen, mitzukämpfen, einzuspringen, wenn der eine überspielt worden ist. Kohlmann auf Müller, wieder Kohlmann, mit direktem Spiegel, da sind sie verwundbar, die Abwehrspieler von Nottingham. Erster Eckstoß für den FC aus Köln, nach genau einer halben Stunde Spielzeit, 2 zu 1 der Spielstand für Köln. Wurzkock, das ist schon zum dritten Mal, dass er den Ball vom Fuß ins Aus abtropfen lässt. Zimmermann sein direkter Gegenspieler jetzt offensiv auf Prestin. Kölner nutzen flug den Raum, der sich ihnen bietet. Innen wird es natürlich eng und Schilfen auf dem Kopf. Noch einmal die Flanke von Prestin, die Abwehr von Schilfen. Im Mittelfeld ein Faulspiel, 3 Stoß für Rödinger. ! Musik ! ! ! ! ! ! ! ! ! Da ging Boyer ganz schön rein gegen Dieter Müller. Aber dennoch wertete Schiedsrichter das Blockieren des Balles und die Attacke von Dieter Müller als das erste Foul-Breistoß für Nottingham des Weges, dem ein Fehlpass folgt. Schilden weiß aus dem Tor. Der Druck von Nottingham verstärkt sich verständlich. Man hat das Gegentor, das Anschluss-Tor fiel, nur noch 2 zu 1 nach gut einer halben Stunde Spielzeit. McGovern, der Kapitän. Jetzt geht Konopka. Robertson geht nicht mit ihm zurück. Das ist die Taktik von Nottingham. Dieter Müller. Noch einmal auf Konopka. Schöner Schuss. Das ist das zweite Mal in diesem Spiel, dass Konopka mit nach vorne ging. Er muss auf links außen Robertson aufpassen. Denn der geht nicht mit ihm zurück. Das ist die Absicht von Trainer Klaas. Man will dann Robertson im Angriff frei behalten. Ein anderer Mann soll den Vordrängen von Konopka stoppen. Aber zunächst Eckstoß für Köln. Neumann wird hinaus. Faulspiel angezeigt von Schiedsrichter Garrido. Hand vorwärts Schirrsen. Reicht. Sie sehen es noch einmal. Da wird das Vorwärts angesprungen. Korrekt und sicher bisher. Und immer auf Höhe des Balles schiedsrichter Garrido. Aber nicht auf der Höhe war Boyer hier in dieser Szene. Kohlmann zu Konopka, der jetzt offensiver wird. Er darf sich nur nicht bedenkenlos tun. Er muss sein Auge auf Robertson haben, der hier den Ball hat. Aber Konopka ist schon wieder bei. Körse. McGovern. Gammel. McGovern. Doppelpass. Schumacher. Nichts zu sagen. McGoverns Pass. Der Doppelpass von Gammel. Die Parade Schumacher. O'Neill beim Kopfball. Robert. Neumann und Van Gogh. Van Gogh, der schon in Klasko stark spielte. Mit einem Auswärtsspiel auch in dieser Partie ein starker Mann. Nicht nur Waller ein Tor, als Siegdass, sondern Waller in der Lage ist, den Ball zu halten. Weil er oft nur durch Foul spielen, wie hier vom Ball zu trennen ist. Neumann. Pressedin. Schuster. Neumann. Innen geht Schuster. Schön. Foulmann. Neumann. mit glück der doppelpass versuch freistoß für nottingham da geht garry berth 22 jahre von Es ist ein bisher gelegentlicher Kampf von Härte, aber nichts, was über die Grenzen hinausging, eine anständige Person. Robert. Alle Spieler jetzt in der Kölner Hälfte, außer Nottingham, Robert gegen Konofka. Jetzt ist er vorbei. Gammels. Handspiel entschieden von Celicius Cercarido. Der, das muss ich sagen, wirklich auf der Höhe ist, sieht, was passiert. Jetzt gehen die Spieler von Nottingham aber schon ärter zur Sache. Zu Beginn der Partie versuchen sie es mit spielen. Das führte zum Rückstand. Jetzt wird der Schwerpunkt doch mehr auf Kampf gelegt. Gammels. 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 Gutkauf, der Zimmermann ist immer bei Ihnen. Dennoch muss Kock am Ball und es gibt Freistritt. Noch immer Freistritt. Für Nottingen. Jetzt sind die beiden bühnenhaften Innenverteidiger Lloyd und Nieten auch mit nach vorne gegangen. Jetzt wollen sie es wissen. Abwehr Klobac. Dieter Müller vorne, allein auf weiter Flur gegen Gemmell und Neuer. Burtel to Robertson. Powerplay for Nottingham. Barrett. Schumacher ist gespät. Schuster vor ihm mit dem Kopf am Ball. Robertson. McGovern rutscht aus. Ja, diese Minuten muss der 1. FC Köln überstehen ohne Gegentor. Unterkonten mit Konopka. Mit Herbert Neuer. Rechts geht Klobac. Ja, da hat Dieter Müller fast nicht mehr gerechnet, dass er an den Ball kommen würde. Er hat ihn dennoch erreicht. Noch einmal die Flanke von Klobac. Da war er überrascht. Der junge Schuster spielt erstaunlich cleveren Fuß gegen Burtel. Kölner versuchen jetzt etwas Ruhe ins Spiel zu bringen, den Ball zu halten. Klobac zu Kohlmann. Klobac kommt da nicht an den Rücktritt von Dieter Müller, der gut gedacht war. O'Neill. Gemmell. Noch 5 Minuten in der 1. Hälfte zu spielen. Immer noch 2.1 für den 1. FC Köln. Und Woodcock am Ball. Schumachers Rettungstart mit dem Fuß. Noch einmal Woodcock. Vorbei auch an Gerber. Und dann klärt Schumacher. Schumacher ist der Fehler los. Dritter Eckstoß von Nottingham. Van Goal. Und dann Dieter Müller. Er ist einziger vorne bleibt und Van Goal. Nicht immer Zeit. Er war noch in der eigenen Hälfte beim Abspiel. Gegen Gemmell. Was für eine Möglichkeit für den kleinen Belgier. Van Goal lässt Gemmell aussteigen. Nur noch Schilzen hat er vor sich. Sieht den Ball gut vorbei. Und um 80 Zentimeter geht der Ball am Pfosten vorbei. Das war die Chance zum 3-2-1. Gemmell ist da verletzt. Er muss wohl beim Rettungsversuch gegen Van Goal. Wenn er sich den Fuß überdehnt oder übertreten hat. Er wäre der schottische Nationalspieler. 31 Jahre ist er jetzt alt. Er ist ein harter Bursche. Er macht weiter. Erinnern Sie sich an den Tor bei der Weltmeisterschaft in Argentinien gegen Holland? Er ist ein harter Bursche. Er ist ein harter Bursche. gegangen. So weit. Für Freiumschlag. Auf der Bank bei Nottingham. Eine Auswechslung. Der verletzte Archie Gernl geht vom Platz. Ist der Nummer 8. Wer wird kommen? Ja, Nottingham, soweit ich das sehe, im Moment nur mit 10 Spielern. Jetzt kommt der neue Mann mit der Nummer 13. Das ist Frank Clark. Eigentlich ein defensiver Mann, ein Verteidiger. Vermutlich wird man dann einen der anderen Defensivleute mit zumindest ins Mittelfeld nehmen. Clark also für den verletzten Gernl. Anderthalb Minuten vor Schluss der Perthki, beziehungsweise natürlich der ersten Spielhälfte. Brotkopf. Gute Kölner Abwehr, aufopfernder Einsatz. Sie geben den englischen Stürmern keinen Meter Raum. Das müssen sie auch, wenn sie Erfolg im Zweikampf haben wollen. Schumacher Anball. Ja, da ist Van Gogh festgehalten worden. Und Schiedsrichter Garrido ist auch an dem Punkt, wo Van Gogh festgehalten wurde. Das ist im Getümmel untergegangen. Der Fernschuss hätte, wenn er im Tor gelandet wäre, der Ball nicht gesählt. Freistoß für den 1. FC Köln. Garrido immer auf der Höhe. Wir haben in jüngster Zeit ausgezeichnete Leistungen spanischer und portugiesischer Schiedsrichter bei Europakampfspielen in unserer Mannschaften erlebt. Es ist zu wünschen, dass diese dieser Partie auch so bleibt. Kullmann zu Prestige. Nach der offiziellen Zeit jetzt exakt 45 Minuten gespielt. Schiedsrichter Garrido pfeift ab. Die erste Spielhälfte ist vorüber. Der 1. FC Köln führt überraschend, muss man sagen, mit 2 zu 1. Man wird sehen, was die 2. Hälfte bringt. Mit Sicherheit einen erneuten Amsturm. Und mit Fangol, den Schützen des 1. Kölner Tores und dem Schiedsrichter bänden wir diese 1. Hälfte. Die 2. 45 Minuten der Partie Nottingham Forest gegen den 1. FC Köln haben begonnen. Und sie werden mit Sicherheit verstärkte Bemühungen der Nottingham-Spieler bringen, den Torrückstand des 1 zu 2 in eigenen Vorsprung für sich selbst umzummenzen. Bei Köln das gleiche Team wie in den ersten 45 Minuten. Auch Nottingham unverändert, wobei man noch einmal sagen sollte, dass er kurz vor Ende der 1. Hälfte für den verletzten Gemmel Frank Clark mit der Nummer 13 kam. Und Clark steht auch links in der Verteidigung. Ich glaube, dass Beuer mit der Nummer 3 ins Mittelfeld aufgerückt ist. Woodcock gegen Zimmermann, Robertson gegen Konopka. Der sechste Eckstoß für Nottingham. Schumacher Klark Robertson da war Klobacz bei ihm. Freundschaftliche Geste die unterstreicht, dass bei aller Härte die Partie anständig, absolut im Rahmen ist. Neumann, der heute wirklich auch kämpferisch einiges bringt. Van Gogh und Neumann. Ja, da ist keiner. Ja, Clark hier mit der Nummer 13 orientiert sich nach hinten. Das heißt, er ist der Verteidiger, er geht in die Abwehr und Beuer mit der Nummer 3 rückt ins Mittelfeld auf bei Nottingham. Jürgen Klobacz heute Mittag muss er noch einen Test bestehen, ob er eingesetzt werden konnte nach seiner Leistung verletzt. Wutkock und Beuer wieder Wutkock Zimmermann bei ihm. Das sind interessante Duelle. Zimmermann gegen Wutkock, Schuster gegen Börtl zum Konopka gegen Robertson. Ich muss sagen, bis auf den einen kleinen Fehler von Schuster als er Börtl zum Kopfball, zum 2 zu 1 freistehen ließ, gingen die Duelle zugunsten der Kölner Abwehrspieler Klobacz und Zimmermann. Neumann bietet sich an. Da geht Schuster. Neumann. Gelder아�病en. Das ist ein Achhieron. Das ist ein das ist ein Wahidens. Dafür da ist immer noch ein kölner bein dazwischen aber die spiele zeigte nottingham kommt und nach fünf minuten der zweiten hälfte unverändert spielstand wo zu 1 nottingham die offensiv die spieler rücken weit auf das kann natürlich den kölnern wiederum wie schon in der ersten hälfte konterschancen ermöglichen konopka auf kuhlmann dita müller noch einmal die flanke von kuhlmann aber die der müller kann der kopfball nicht die junge präsin schlägt sich gut nein nein das gibt freistoß für köln überhaupt muss man sagen dass die gesamte kölner mannschaft kämpferisch ganz ausgezeichnet eingestellt ist kuhlmann zu gerber dann wieder wotkopf mit der ballannahme verschafft er sich schon den raum zum weiterspielen jetzt ist kuhlmann bei ihm mit der ball gleich kuhlmann ich habe was war mit bekommen wo korrekte abwehr von konopka der siebte für nottingham roberts wird ausführen ja so schön die aktion war von klobatsch der vielfalt dürfte natürlich nicht passieren wieder roberts vorher und vor zwei zu zweit nur noch dreiundfünfzigste minute vorher mittelfeld aufgerüstet gleich aus sicherheit gegen boyers schuss obwohl er wie ich glaube am ball noch ein bisschen war keine chance der ausgang jetzt werden sie auch die gesänge der zuschauer hören die ihre mannschaft nach vorne treiben jetzt wird schwer verkürzt herz du mit letzter not von leuth Ja, man muss sagen, dass sich die Kölner Abwehr offensichtlich auf den Wechsel von Beuer ins Mittelfeld noch nicht richtig eingestellt hatte. Denn er war völlig frei beim Torte. Aber jetzt der Eckball von Herbert Neumann. Oh, Van Kohl. Und Schilzen. Jetzt müssen die Kölner versuchen, wieder Ruhe ins Spiel zu bringen. Den Ball, den Gegner zu kontrollieren. Schön kommt Van Kohl. Neumann. Aber diese Fehlpässe im Spielaufbau, sie dürfen nicht allzu oft passieren. Robertson. Robertson. Beuer geht. Drei Stoß angezeigt. Drei Stoß für Kölner. Drei Stoß für Kölner. Drei Stoß für Kölner. Und doch nicht mehr den Kölner Verteidiger unbeherrlich ziehen zu lassen. Kohlmann. Klobac. Aus der Ball. Kölner Verteidiger unbeherrlichkeit. Kölner. Kölner. Da haben sie gehört, wie Fans in England ihre Mannschaft anfeuern. Conopka. Reise! 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 Conil, Abrotkotten, Nottingenburg, O'Neill. Tja, jetzt wird es noch ein bisschen an der Abwehrschlag. Kullmann im Übrigen, jetzt der Gegenspieler des aufgeregten Meuer. Kullmann im Übrigen, jetzt der Gegenspieler des aufgeregten Meuer. Kullmann im Übrigen, jetzt der Gegenspieler des aufgeregten Meuer. Kullmann im Übrigen, jetzt der Gegenspieler des aufgeregten Meuer. Kullmann. 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 McGovern auf Börsel. Und dort. Börsel von Schuster nicht zu bremsen. 3 zu 2 für Nottingham Volles. 63. Spielminute. Der war der Torschütze, der einen Moment im Gewühl der anderen Spieler erdrückt. Die Zeitluftwiederholung. Börsel. Die Vorlage und Robertson der Torschütze. Noch 18 Minuten haben die Kölner durchzustehen. 3 zu 2 für Nottingham. Und bleibt es bei diesem Ergebnis, ist er sicher ein achtbares Resultat. Woodcock. Faulspiel von Zimmermann. Freistoß. Die Partie wird härter. Robertson. Ja, das war auch Foulspiel. Aufgestützt vom Nottingham-Spieler. Freistoß Köln. Barrett und Dieter Müller. Aber er war angeschossen, konnte den Ball nicht unter Kontrolle bringen. Dieter Müller rackert unermüdlich vorne, um sich Raum zu schaffen. Woodcock. Robertson. Setzt sich durch. Noch einmal Robertson. Geht an Konopka vorbei. Der herbeieilende Globatsch. Hat keine Chance. Der dritte Kölner. Ausgestiegen. Aber dann verzieht Robatzin. Der nächste Eingriff. Über McGowan. Zu Woodcock. Die Ballannahme natürlich bei den Bodenverhältnissen sicher nicht leicht. Da rutscht das Standbein weg. Das sah man eben. Gerber. Prestin. Gerber. Das zweite Mal überhaupt in dieser Partie, dass er mit nach vorne geht. Da spricht Schiedsrichter Garrido ganz kurz mit Fangol. Den Ball noch bitte schön nicht mit der Hand mitzunehmen. Er sieht alles, da man in Schwarz aus Portugal glänzende Leistung geschieht. Noch eine Viertelstunde hat der SFC Köln durchzustehen. Ein Torrückstand. 3 zu 2 führt Nottingham. Ornil am Ball. Und die Angriffe rollen. Aber jetzt sieht man doch, dass vieles mit Einsatz, mit Kraft gemacht wird. Das technische Können nicht ganz so ausgeprägt. Fangol. Kommt durch. Neumann. Die Möglichkeit für Herbert Neumann, 14 Minuten vor Ende des Spiels den Ausgleich zu erzielen. Noch mal Fangol. Wie er sich durchtankt. Zuletzt gegen Ornil. Und dann Herbert Neumann. Gut gedacht. Die Chance vorbei. Am Spielfeldrand läuft sich inzwischen Yashuiko Okudera. Warm. Und es weiß, weil er wird wohl vorsorglich den Austausch vorbereiten. Zunächst Robertson. Eckball nach Konopkas Abwehr. Ich könnte mir denken, dass er Dieter Prestin herausnimmt, der doch mit seinem Gegenspieler Ornil mehr und mehr Schwierigkeiten bekommt. Freistoß für Köln. Die Kölner sollten da nicht diskutieren. Der Freistoß ist ja gegeben. Da haben wir Prestin. Kohlmann auf Dieter Müller. Kohlmann. Needham kommt dazu. Und Schilton, der für mich den Ball noch berührt hatte, dennoch Torabstuhl. Beres. Börtel zu McGovern. Vorher geht's. Und Herbert Zimmermann sagte schon in der ersten Hälfte, da kämpft jeder für jeden. Zimmermann kugelte aus, was Kohlmann nicht schaffen konnte. Das ist herausragend im Kölner Spiel, die Bereitschaft zu kämpfen, für den anderen mitzuspielen. Dieter Müller. Leut jetzt ständig bei ihm, während Dieter Müller gelegentlich sich doch stärker nach vorne orientiert. Eckstoß Köln. Kohlmann. Kohlmann. Woodcock. Robert. Kohlmann. 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 aber er hat schwer offensichtlich macht sich seine leistungserung doch bemerkbar feuer vorteil mit gary do lauf mackgabern und neumann attackiert ja jetzt gibt das freistoß und ich finde dass die schieße gar nicht so gemacht hat er hat gewartet ob roberts nach dem faulspiel den vorteil würde behalten können und dann gibt er den freistoß jetzt kommt das auswechseln da sehen sie mit der nummer 14 jaschowico okudera und jürgen klobatsch geht vom platz der doch mit seiner leisten zerrung nicht weiter kann ich sehe auch sein gesicht ist schmerzverzerrt er hatte schwierigkeiten neuneinhalb minuten vor dem ende der zweiten hälfte vor dem ende der partie okudera im spiel für klobatsch pangol da geht okudera zwei schon bei ihm noch einmal und schießt und tor erster ballkontakt für okudera und dann ist es ein tor das 3 zu 3 82 spiel minute der ausgleich und schildern enttäuscht noch einmal der pass von pangol auf okudera und der lässt feuer aussteigen und schießt den ball durch schildern die arme zum ausgleich peter schildern der beste mann im tor auf der insel das sagen sie und jetzt muss er dieses tor allerdings es war ein aufsetzer von okudera hinnehmen 3 zu 3 und das öffnet das kann man sagen acht minuten vor ende der partie dem fc köln doch das tor zum finale in diesem europa cup der landesmeister sehr sehr weit und 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 da war der Kölner Schuster noch zuletzt der Ball, der Eckstoß, Neumann, auch eher kämpferisch stark, und dann die Kontermöglichkeit von Van Gogh, rechts geht Okudera, links Dieter Müller, Okudera, zweiter Ballkontakt von ihm, da kommt er nicht vor, das wäre auch zu viel gewesen. Die Zuschauer enttäuscht, weil Robertson so langsam spielt, Woodcock, McGovern, Robertson bei ihm, Müller, Okudera, Kullmann, erstaunlich, was die Kölner auch läuferisch jetzt noch zu bringen vermögen. Es ist ein großes Spiel des deutschen Meisters, das kann man jetzt schon sagen. Denn Nottingham Forest, die Mannschaft des Jahres 78, zu schlagen, beziehungsweise hier unentschieden zu spielen oder nur knapp zu verlieren, egal wie, die, das ist ein sehr, sehr gutes Resultat. Robertson, rechte Abwehr von Neumann. Auch die Engländer jetzt müde, da sieht man öfter Verschnaufthausen, die Strände sind nicht mehr so schnell angesetzt. Es ist halt der Boden, der unglaublich viel Kraft gekostet hat. Schumacher nach Clarks Schuss. Und dann fang Gohl. Links geht Müller, aber er sieht ihn nicht. Doch jetzt. Richtig der Rückpass, da war keiner mitgegangen. Neumann noch einmal zu Müller. Von Obkarkochen. Richtig der Rückpass, da war keiner mitgegangen. Aber das schafft er nicht. Fünf Minuten noch. Drei zu drei der Spielstand. In einem hochklassigen, kampfbesonten, auch technisch gutem Spiel auf diesem schweren Boden, dem City Crown von Nottingham. Die Ersten der 42.000 wandern ab. Viele der Fans sind sicher enttäuscht über das bisherige Resultat, das sie der Mannschaft erzielt hat. Der Meer wartet vom Forest FC. Und nun steht es 3 zu 3. Clark. Woodcock. Fang Gohl. Köln jetzt doch im Übergewicht. Da in der Mitte liegt, da wer ist das? Fang Gohl. Jetzt rappelt er sich auf. Aber ich muss sagen, Nottingham Forest, das sieht man an den Bewegungen, kräftemäßig nicht mehr voll da. Lloyd zu Barrett. Erstaunlich, dass in diesen letzten Minuten die Kondition der Kölner fast noch stärker ist. Schissische Garrido lässt weiterspielen. Er sah, dass der Ball gespielt wurde. Gerber geht mit nach vorne. Das zeugt von der Kraft der Kölner, die natürlich getragen werden von diesem Ergebnis. Dieser Müller. Die Spieler von Nottingham. Man sieht seinen Zügen im Gesicht. Abgekämpft. Müde. Woodcock. Er vielleicht noch der schnellste, der beweglichste. McGovern. Schlag. Die Bewegungen sind langsamer geworden. Wörtel. Lange nichts zu sehen von ihm gegen Schuster. Und dann da. Noch zwei Minuten. Drei zu drei der Spielstand. Ein Ergebnis, das vor Beginn dieser Partie mit Sicherheit keiner von den Nottingham-Fans erwartet hätte. Und offen gesagt sicher auch keiner, der auf den FC Köln geschworen hat. Kohlmann zu Neumann. Kohlmann zu Neumann. Und den gleich Köln verstolpert. Woodcock. Das ist für mich einer der stärksten bei Nottingham. Zusammen mit O'Neill in der zweiten Hälfte. Boyer. Barrett frei. O'Neill. Barrett. Und er schafft es nicht. Oh, da brennt es nochmal. Freistoß. Der Einsatz von O'Neill. Mit einem Freistoß geahndet. Gefahr wird beseitigt. Noch einmal die Möglichkeit. Da ist O'Neill am Ball. Noch einmal mit dem letzten Kraft der letzten Verzweiflung. Nottingham-Fans. O'Neill. Jetzt ist die offizielle Spielzeit für mich vorüber. Wir wollen sehen, wie lange Schiedsrichter Garrido noch nachspielen lässt. Nottingham. Vielleicht der letzte Angriff. 3 zu 3 der Spielstand. Kann Köln dieses Ergebnis halten? Dann ist das Rohr zum Endspiel. Weisort. Weiser Befreiungsschlag von Zimmermann. Sekunden noch. Dann ist das Spiel vorüber. Der Schiedsrichter schaut zur Uhr. Der Einwurf noch. Und Der Schluss, Pip.